Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Mit Benedikt Meise. Guten Tag. Papst Franziskus hat angesichts der derzeitigen furchtbaren Spannungen vor drohenden Kriegen gewarnt. Zitat, Krieg bringt nur Tod und Zerstörung, sagte er beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Das Kirchenoberhaupt rief alle Beteiligten auf, an Selbstbeherrschung und Dialog festzuhalten. Die aktuellen Spannungen im Mittleren Osten erwähnte er nicht eigens. Gleichzeitig bekräftigte Franziskus seine jüngsten Appelle zu mehr Friedensanstrengungen und erinnerte an die Verpflichtung, die wir zum Jahreswechsel am Weltfriedenstag eingegangen sind. Notre Dame. Der Beauftragte der französischen Regierung für den Wiederaufbau von Notre Dame sieht die Pariser Kathedrale noch nicht als gerettet an. Zitat, es sei zu früh, das zu sagen. Notre Dame sei immer noch in Gefahr, sagte er im Interview mit mehreren französischen Medien. Er sei zwar zuversichtlich, doch es gelte weiter, den Zustand der Gewölbe im Auge zu behalten. Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war im April 2019 durch ein Großbrand stark beschädigt worden, der mutmaßlich durch Dacharbeiten ausgelöst wurde. Verschwundene Krippenfiguren, Politaktivisten haben aus Protest gegen die EU-Flüchtlingspolitik bundesweit aus Kirchen zwei der Heiligen Drei Könige von den dortigen Weihnachtskrippen entfernt. Betroffen seien Kirchenkrippen in Berlin, Bielefeld, Darmstadt, Frankfurt, Freiburg, Köln und Münster, wie ein Sprecher der Aktivisten, die sich als Künstlerkollektiv bezeichnend im evangelischen Pressedienst erläuterte. In Nordrhein-Westfalen sind seinen Angaben nach insgesamt zwölf überwiegend katholische Kirchen betroffen. Die Figuren wurden am Samstag aus den Kirchen entfernt und seien derzeit an einem sicheren Ort aufbewahrt. Sternsinger unterwegs. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommen in der kommenden Woche Besuch von den Heiligen Drei Königen. Morgen, dem in Teilen Deutschlands freien Feiertag Heilige Drei Könige, sind Sternsinger aus dem Bistum Passau bei Steinmeier, in dessen Berliner Amtssitz Schloss Bellevue zu Gast. Am Dienstag empfängt Merkel im Bundeskanzleramt Sternsinger aus allen 27 katholischen deutschen Diözesen. Unter dem Titel »Klein Bayern im Vatikan« zeigt das Bayerische Fernsehen morgen um 11.15 Uhr eine Reportage über das Leben des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Darin gibt der 92-Jährige den Reportern seltene Einblicke in sein aktuelles Befinden. Zitat, ich bin ein alter Mann am Ende meines Lebens, sagt er in leiser und brüchiger Stimme. Seine Beine und seine Stimme sind schwach Augen und Geist, aber weiter hellwach, so der Eindruck, den der Film vermittelt.